So, ich muss hier vier betten, Leute. Wie nennt man das? Tote, totes Kapital? Ja, irgendwie schon. Vielleicht habe ich es jetzt so groß gemacht. Was hat der Magnet? Der Magnet. Valandis, Tag im Chat. Güte de Derbys. So, und was macht er hier? So. Der weiß auch noch nicht genau, was er machen soll. Voll. Weil das so lange gedauert hat bei ihm, Leute. So, was machen wir hier? Drei Betten, Kölner, komm, der Kölner. So, ganz gut getroffen. Total. Ich glaube, fast verknappt daneben. Ja, aber so. Das war R2. R2 sagt Fold. Willst du das all in machen? Schlag, ne, mache ich nicht. 10,6 ist ein Fold. Oh, ich habe zwei Pair, zwei Pair. Zwei Pair, zwei Two Pair. Two Pair. Wir machen jetzt, schlag den Streamer, Light-Version. Und zwar, das sieht aber gut aus hier. Und zwar, machen wir eine Strichliste. Friedolin. Oh, guck mal hier, Full House. Full House gerivert. Was kriegst du denn da raus jetzt noch? Alles. Wenn er einen Ass hat, foldet er doch nicht, oder? Genau, Lin. Und Kölner. Da ist der Kölner von Ass 10, siehste. Bam. Klingt? Ja, ja, natürlich. Seit 1901. Du musst das sagen, was passiert das. Seit 1901 leuchtet da eine... Okay, krass. Stimmt, der war vor 8 Minuten abgeschaltet, weil wir das irgendwo hinbauen mussten, weil die Feuerwache demontiert wurde. Oder ab, äh, wie hören wir mal. Oh ja. Was ist, und jetzt kommt's... Pass auf, warte mal, der raised mich hier gerade. Ich muss mal reinstellen. Was hat er denn die Ass-Bube? Nein, so hat er immer noch... So, dann haben wir einen Ass-Bube, Alter. Ja. Ass-Bube, nicht gut. Und die drei. Yes, schön. So, Fischer zur Frage. Wie viel Prozent aller Männer unter 45 Jahren, das betrifft mich unter anderem auch, haben ein Problem mit vorzeitigem Samenmärkos? Wie viele? Wie viele? Oh Gott, ich muss folgen. Wie viel Prozent aller Männer? Vorze... Unter 45. Unter 45. Ich vielleicht nicht da hoch. 13? 13 Prozent? Ich schmeiße einfach 100 Zahlen, ich hab keinen Klassenschimmer. Ich sag 13. Ich glaub, es sind mehr. Bestimmt. 25. Du sagst, 25 ist ein 13. 30. Na, ha. Also ich spreche da jetzt nicht aus Erfahrung oder so, aber... Ich würde es schätzen. In meiner Schätzung. Oh, ich hab Double-Gader hier. Micro-Millions-Main gefloppt. Das ist doch gut. Was donkt er denn hier in mich rein? Mozart, 12. Monadius-Abkommen, bringe 9. Nein, es kommt die 9. Aber Wunschkonzert heute hier. Ja, heute ist es Wunschkonzert. Wunschkonzert. Äh, ist doch noch ein Rainbow-Board. Ja, kann ich nur noch callen. Ja. Wir haben immer noch die Nuts. Guck mal. Der geht... Es ist unglaublich. Was hat der denn hier gefloppt? Der Tupair oder was? Ja, Mini-Bang. Der erfoldet. Ja, der auch foldet. Ich hier mit Tupair Khole. Hat der Mann eine Straße? Aber ich hab da jetzt so eine Frage. Ich sag jetzt keine Namen oder... Sollen wir wieder Klubscheißern oder sollen wir was anderes spielen? Wir können auch eine Runde Werbit Millionär spielen. Das denke ich auch. Wir können auch eine Runde Poker spielen. Was heißt denn da? Ja, Poker ist auch immer gut. Jetzt darfst du hier. Oh, ich brauch Ass. Ass ist da. Oh, ich hab Sugar-Straße. Ich hab Sugar-Straße. Sugar-Straße. 13 Minuten-Netzwerk, ne? Gab es da nicht irgendwie... Weil die... Die letzte Änderung gehabt haben. Gab es nicht irgendwie Stress mit deinem Poker-Straße dann? Was denn? Ja, weil die gedacht haben, weil du jetzt dann halt deine Logos nicht zeigen darfst. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Es gibt hier registriert mit meinem Namen oder was der Name. Alles gut. Alles gut. Kein, kein böses Blut oder so? Nein, nein, kein böses Blut. Kein, nein, nix. Nix, nix, nix. Alles Diot hier. Damen. So. Gut, gut. Ich glaube auch. Das ist ein Zweitages-Event, ne? Ja. Level 33. Level 33. Was haben wir jetzt mit dem Level? Level 14. Wie viele Levels haben die? 12 Minuten Levels. 12 Minuten Levels. Das heißt, wie lange geht das? Ne, da haben wir bestimmt auch Flasch-Straue hier. Wir rechnen mal gerade. Das heißt, wir haben jetzt noch 19 Levels, a 12 Minuten. Das macht 228 Minuten. Geteilt durch 60. Macht wie viele Stunden? Vier plus die Pausen. Ich glaube, hier muss ich callen. Er kann natürlich einen Latt-Flash-Straue haben. Du hast keinen Time. Ich wollte es nur gesagt haben, du hast keinen Time. Der immer Ass. Immer der Ass. Vier Stunden geht es noch. Das ist ja gar nicht mehr so lange. Stimmt, ich könnte es einfach hier enttippen, ne? Ja. Das ist einfacher. Deswegen frage ich das gerade. Du hast zu Recht. Aber guck mal, wir haben einen Natt-Flash-Straue. Ja, das ist nice. Aber es gibt wichtige Fragen. Und bei ihm so? Und was macht der hier? Der bettet Flop. Check, turn. Bettet jetzt Pot of Möhrer. Der Ass hoch und denkt, das ist gut. Eine Sekunde. Ich glaube, ich werde follen. Das ist mir suspekt. Das ist mir suspekt. Okay. Der Körper erneuert sich. Also die Dehydration wird ein alter Erweger. Ja, komm, wie gesagt. Der ist postperfekt. Der ist super. 900 Leute noch. Left in Millie. Hast du irgendwie irgendwo notiert? Die Homegame-Gewinner, die 109er? Ja, die haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Also Schwalm, Noka-Adrian und Valandes kann ich mir sogar so merken. Komm, wir jetzt erstmal schön. Wir müssen das mal reinstellen. Komm, wir reinstellen. Genau. Die Beides. Ja, wird beides relativ. Okay, wird fein sein. Wird beides sein. Hier kriegen wir auch noch auf den Cold. Die Vanguard. Vanguard. Und? Hast du das neue Video von Ben dazu gesehen? Das war eine 21% Equidian und keine Asse. Ja, richtig. So sieht es nämlich aus. Das ist es. Das muss man sich nur bewusst machen. Oder der Slowroll. Das könnte auch der Slowroll sein, ne? Nee. Keiner stimmt. 3, 2, 1. Call. Doch, Slowroll. 10. Ha! Ja. Strafe. Strafe. Strafe muss sein. Für den Slowroll. Ich hab kurz noch einen Pic-Tag gesehen. Ich auch, ja. Ich würde, glaube ich, die 3er reinstellen. Kings direkt hinterher. Ich glaube, ja. In Micromillion Kings. Kann man nicht fühlen. Lagavulli macht den Vot. Und Kings direkt hinterher. Micromillions. Oh, nice. Okay, flat. Nur flat. Sieht alles stark aus, ne? Ach, 10. Wir sind gleich dagegen. Oh! Ich hab das Gefühl, da kommt nix mehr. Alter, wie wir laufen heute. Was ist denn da los, ey? Ich glaube, da kam nix mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Vorhin nicht in Chat. 4 Tickets? 3. 1 auf Twitter. 1 auf Twitter. Boah. Geil. Guck mal hier. Was hat der denn jetzt hier? Was hat denn er hier? Hätten wir erstmal turnen. Cardons. Cardons muss mir ein paar Chips zurückgeben. Ich will, weil da ist Klassiker. Wir haben Gutschot. Gegen Frankie Perez. Wir haben Gutschot. Kommt schon mal vor. Micromillionaire, beste Kommentator. Kommt schon mal vor, dass man Gutschot floppt. Ja. Manchmal floppt man eben Gutschot. Dann muss man barreln. Gegen Gutschot. Muss man barreln. Immer barreln. Oh, mit Kreuz barreln wir durch. Wir haben Kreuzblocker. Wir haben einen Kreuzblocker. Und am Ende weisst du nicht, ob der Flasch den Doktor. Ich werde ihn aber rausfulden. Wenn er eine 9 hat. Ein König würde er nicht fulden, aber eine 9 vielleicht. Also betten wir den Turn mit einer kleinen Size. Und wenn er eine 9 hat, würde er diese jetzt ablegen. Falls nicht, dann haben wir ein Problem. Und wir haben noch ein paar Hauses vielleicht erfuldet. Very good. Nee, 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 ich warte noch bis zur Pause. Ja. Halt, stopp. Ja, war schmerz, eh. 61. War die Start, nee, mach den Jack Reis. Dann ist es aber nicht lecker. Das ist unlecker. Ich hatte gestern schon ein bisschen Befürchtung, dass das Probleme geben könnte. Aber viel mehr aus einem... Ich geh das nicht in den Kopf rein. Mach fern. Du bist eine Maus hier. Und du willst die Zahl eintippen. Da ist die 6. Gehst du mit deiner Hand um das Ding rum. Ja, nice. 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 Aber es lief sehr gut. Du hast ja gekennzeichnet gedacht. Wir gehen zu Lex. Ich wünsche euch einen schönen Halloween-Folgetag. Das war's. Wir sehen uns morgen nicht. Aber Dienstag wieder. Dienstag gibt es einen Stream. Morgen gibt es keinen Stream. Morgen ist Vorbereitung schon. Ich werde schon ein bisschen packen, glaube ich, für Asch am Mittwoch. Dann kann ich am Dienstag nochmal in Ruhe streamen. Und können wir Dienstag nochmal so einen Abschieds-Stream quasi machen. Mittwoch geht es ja dann schon los nach Asch. Und ja, ich hoffe, ich sehe möglichst viele von euch am Start. Das wäre echt mega nice. Und ja, das war mein Halloween-Stream. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für die ganzen Subs. Ich bedanke mich für den Support. Ich bedanke mich für eure Prime-Subs. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Morgen, wie gesagt, wird schon mal gepackt. Und dann geht es jetzt weiter mit Lex Feldhaus. Lex Feld Huis. Okay, macht es gut, Leute. Bis Dienstag. Dienstag 11.11 Uhr. Tschö. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch. Einen guten Start in die neue Woche. Und denkt daran, euch einen Much-Better-Account zu machen. Tschö. � Regierreiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiber